Schön, dass ihr immer noch oder wieder da seid. Schön, dass ihr da seid. Und wir gehen in den Explosionskrater in Half-Life. Bisher habe ich mitbekommen, dass was schiefgelaufen ist. Ja, und auf einmal jagt uns das Militär und ich versuche rauszukommen und soll das in Ordnung bringen anscheinend. Ein mysteriöser Mann im Anzug ist auch unterwegs. Wir machen weiter. Ähm, habe ich Granaten? Dich habe ich schon die ganze Zeit gehört. Jetzt hat es aufgehört. Gut. Oh! Aber klar doch. Bringt mich von irgendwo einer an. Wusste ich. Ich habe es gerochen. Ich habe doch nur die Kiste angeschossen. Okay, da war vielleicht irgendwas drin, was explodiert. Ach, wow, okay. Nein! Vorhin ist sie doch so wunderbar da drin gelandet. Jetzt hat... Ach, der schießt da die ganze Zeit hin. Und das macht solche Geräusche. Aha! Von der Seite... Ach, der Schaden war unnötig. Ey! No! Oh, okay. Ich bin runtergefallen. Kein Problem. Da ist eine Leiter. Oh, okay. Da. Ich bin runtergefallen. Okay. Ah, das Schienensystem, das uns angekündigt wurde. Let's go. Ah, okay. Ah, okay. Hoppla. Hat mein Anzug einen eingebauten Geigerzähler? Das wirkt fast so. Oh, ich hab keine Munition mehr hierfür. Ging jetzt doch schneller weg, als ich dachte. Wenn man mal damit anfängt rumzuballern. Hallo. Kuckuck. Ähm, ja. Lass mich bitte, ohne dass ich schaden will. Okay. Ist hier oben noch irgendwas drauf oder so? Nee. Aua. Aua. Okay, das ist, damit man hier wieder hochkommt. Falls man's verkackt, so wie ich gerade. Nur 17 Schuss in der Pistole. Was, was ist das? Und zoom. Oh. Ha, 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 ich bin einfach gut. Yes. Auch eine ganz seltsame Nummer hier unten, oder? Hier gibt's einfach so'n See mit radioaktivem Material hier im Keller des Reaktors. Hat er geschmeckt? Der gute Professor. Einen Schuss. Oh. Okay. Erschreckt mich halt, ihr kleinen Mistviecher. Warum leuchtest du grün? Das gefällt mir nicht. Oh. Ups. War jetzt vielleicht nicht der beste Plan. Ähm. Und hopp. Jawohl. Easy. Hi. Ähm. Ups. Nachladen sollte man auch. Was ist hier los? Hey. Bevor es noch größer wird. Bevor es noch größer wird. Vernichten sie das verdammte Ding, bevor es noch größer wird. Oh. Nein. Nein. Nehmt das Ding weg. Nehmt das Ding weg. Oh. Come on. Er. Okay. Hey. Woa. Ich denke nicht, dass es stirbt Okay, es geht darum Dass ich hier leise vorankomme Verstanden Aua Aua Oh Gott Oh Mann Okay Okay, schießen ist auch nicht gut Also jetzt warten wir mal Warum schießt er denn Oh oh Ich bin ganz leise Wo geht es hier lang Hey Aufhören Okay Ich weiß nicht, ob ich hier lang muss Aber es wirkt so Oh, da ist noch eins Aha Das ist wohl der Weg, aus dem ich wieder rauskomme Ja, guck an Oder? Ja, wahrscheinlich Weil Also ich sehe jetzt nicht, dass hier noch was geht Ah doch, es ist kaputt gegangen Okay Hm, okay Gut Oh, wie schnell man hüpfen kann, ne Zoom Wie schnell er unterwegs ist, ey Frag mich wirklich, woran das liegt Ob das früher auch schon so schnell war Ah Hä? Hier ist doch gar nichts Warum bin ich jetzt hier unten? Ah, da Da oben Da oben geht es weiter Oh Okay Ich muss aufs Rohr Bin ich jetzt zufällig Sofort den richtigen Weg gelaufen Oh Ich hab das Gefühl Das Spiel will mir sagen Benutzt bitte öfter Granaten Oh mein Gott Das war jetzt vielleicht Ein bisschen Munitionsverschwendung Oh nein Ich bin runtergefallen No Oh Mist Oh nö Von hier wieder Fünfzehn Schuss Okay Ich glaub die zwei Viecher muss ich jetzt nicht erst killen Komm Jetzt hat Duckjump It is Der hilft Aber wenn ich hier einfach oben drauf laufe, sollte der mich hier unten nicht treffen Zack Hallöchen an den Der Sie Bei so 保f Frau 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 Um, okay? Muss ich mich beeilen, wieder hochzuklettern? Kann das sein? Was ist das denn für eine wilde Konstruktion, einen Ventilator einzuschalten? Huah! Zack! Ach, jetzt... Klar warst du jetzt nicht angegangen. No! Mist. Bam! Whams! Unnötiger Damage. Ich bin mir noch nicht sicher, warum ich das tue. Will irgendwie nicht so viel Munition verschwenden, aber wenn ich es nicht tue, sterbe ich. Kriege ich zu viel Schaden für meinen Geschmack? Also... Ja, hat geklappt. Oh, wait. Bekomme ich hier? Ja, bekomme ich. Äh, rüber da. Sag mal... Danke. Krabbelviecher. Okay. Let's go. Hallöchen. Na, was wartest du denn? Darauf, dass ich nachlade. Perfekt. Buell on, oxygen on. Nice. Mach's Loch auf. Hallo? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, 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 okay. Ich habe tatsächlich einfach den richtigen Weg gewählt. Einfach aus Unwissenheit. Hallo? Ja, grüß dich. Servus. Hör mal auf, bitte. Danke. Oh-oh. Nein. Wie es mich zerfetzt. Ich dachte, ich kann vielleicht geduckt die Leiter hoch, um noch ein bisschen leiser zu sein. Aber ich denke, das normale Schleichen wird reichen. Schleichen wird reichen. Und was sich reimt, das ist bekanntlich gut. Nee, okay. Das normale Laufen reicht irgendwie nicht. Warum bin ich in die Leiter nicht hochgekommen? Was ist hier unten noch? Warum kann ich da noch eins weiter runter? Ist da noch was? Ja, da ist was. Mein Gott. Ah. Aha. Okay. Dann springen wir mal darüber. Und huah. Munition oder so? Nee. Nee. Hallöchen. Okay. Kann ich hier was anmachen? Nö. Dann haben wir hier wieder Wet Floor. Rutschig. Da tropft's. Whams. Heilung. Nehme ich natürlich. Okay. Ich würde sagen... Ah, Aufzug. Hallo. Hallo. So, dann los. Warum lassen Sie mich hier? Ja, ich werde hierbleiben und auf meine Kollegen warten. Watt? Schon gut, Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Na gut, von mir aus. Aua! Oh oh. Okay. Okay, gib mir mal kurz die Heilung, bitte. Wer ist für dieses Schlamassel verantwortlich? Wer ist für dieses Schlamassel verantwortlich? Tja, wenn wir das wüssten. Was ist hier los? Wo muss ich hin? Das bringt mich bestimmt um. Ein HP. Yay. Und tot. Okay, also das hier, dann geht's da hoch. Und ich denke... Ich muss halt da rauf, ne? So wie ich das sehe. Ah, der da... Wow. Ich wollte gerade gucken, was da auf mich schießt. Und dann kommt dieses Ding von der Seite angefahren. Ja, lass mich mal in Ruhe. Ich weiß nicht, warum du noch am Leben bist, aber... Ey. Wow. Wenn ich einfach... ...auf das Ding drauf springe... Ne, der hält ja nicht nirgendwo an, wo es sinnvoll ist. Oh, jetzt schnell hier rauf. Schalte eins. Und... Walter 2. Hi. Junge, du sitzt auf einer riesigen Rakete. Ich werde die jetzt starten. Ähm... Uncool. Autsch. Und jetzt du, oder wie? Perfekt. Oh Gott, ich sterb hier dran. Oh Gott, ist so nichts. Kann ich nochmal? Ah, guck mal. Sehr gut. Ja, sehr gut. Na gut, dann bleib halt weg. Da unten startet jetzt eine Rakete, Jungs. Ich hab's gesagt. Alter. Das macht voll den Schaden. Das hätte ich mir machen sollen, dass ich keinen Schaden bekomme. Das ist kritisch. Kann ich die Kiste hier mitnehmen? Die Kisten. Aber nicht in die Schleimdinger, Tentakeldinger rein. Kommt mal mit, ihr Kisten. Na, da rein. So. No, no. Nein. Ah. Ah, dieses Ding da, ne? Voll nervig. Ah, so. Ah, nein. Ich hätte ja schon gerne eher zwei Kisten, aber... Ich glaube, das wird nur unnötig kompliziert mit zwei Kisten. Ah. Was ist das hier? Ist das... ...wirklich so beabsichtigt hier? Ach, come on. Nee. Ja. Na, dann holen wir halt noch eine. Was? Ah. Wenn er nicht immer so... Er rennt immer so schrecklich. Huah. Und huah. Yes, sir. Ich bin einfach ein Gamer. So. Was fehlt jetzt noch? Yes. Er ist hier auch noch kaputt. Okay. Wupp. Was soll das denn? Ich bin doch geschlichen. Mist. Muss man da vielleicht dann aufhören zu schleichen, wenn... ... ... ... ... ... ... ... Nein. Nee, warum? Aber gut, Granaten helfen auf jeden Fall. Granaten machen Lärm, Granaten sind gut. Alehopp! Krankenhäpper Nein! Nein! Lass mich... Yes! Nicht in das Ding rein jetzt. So und... Feuer! Hehehehe! Oh, oh! Nein, lass mich raus! Hier ist heiß! Aber ich will ihm dann mal zusehen, wie er verbrennt! Yes! Nice! Da geht's nicht weiter? Ähm... Und jetzt? Nein! Nein! Shit! Hehehehe! Ja... Oh! Komm! Äh... Gut, der Digge ist weg! Also, warte mal! Kann ich hier einfach... Huh! Ne! Äh... Was war denn mein ursprüngliches Ziel? Nein! Ach! Ich hab doch keine Munition! Ah! An diesem dämlichen Ding hängen bleiben! Ah! Hm! Alle hopp! So und jetzt? Hey! Bisschen Muni! Nice! Oh! Da unten geht's glaube ich weiter! Autsch! Oh! Oh! So knapp! Ah! Wasser! Rettendes Wasser! Oh! Hi! Ähm... Wie lang kann ich wohl... ...unter Wasser atmen? Hehehehe! Nicht allzu lang! Offensichtlich! 5 HP! Nice! Oh! Wichtig! Einen Unrevolver! Aber ich muss da rein! Vielleicht hab ich eine Revolver gekriegt, weil der unter Wasser ballern kann? Willst du das aber nur ausprobieren, wenn ich... Nee! Nee! Ja! Ich wollte grad wieder hochschwimmen! Ähm... Öaaaaaaaaah! Also... Hier nochmal irgendwo Munition, jawoll! Nehme ich natürlich gerne mit! Hmm... Ich hab aber auch nirgends ne Anzeige, die mir sagt... So... Oh. Okay, so schwer war es gar nicht. Einfach nur mal die Augen aufsch... Ähm. Die Augen aufmachen. Haha. 3 HP. Mit 3 HP überlebt. Ich hab hier schon wieder so'n... Ich muss auf den Rohren laufen. Vibe. Ah. Oh, ja. Auf den Rohren zu laufen ist hier wohl oft... Der Weg. Ähm. Ihr wollt jetzt wirklich, dass ich da drüben reinhüpfe, ne? Und... Okay. Nope. Das war mal gar nix. Ähm. Was zum... Jetzt komm ich hier wieder raus. Oh mein Gott. Wow. Das hat Schaden gemacht? Okay. Ihr schmeißt euren Abfall auch wirklich überall rein. Ja, den Revolver will ich schon haben mit der Extra-Muni. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Richtung es war, aber hier ist gut. Jawohl. Okay. So. Oh, da war die Heilung noch. Natürlich auf jeden Fall mit... Nehmen! Nein! Ich hab's mir gerade gedacht. Ich sterbe, wenn ich da runterfalle. Ähm. Okay. Also. Zack. Falsche Seite. Ähm. Zack. Bast. So. Einmal hier runter. Heilung. Danke. Der heilt 40 und du 50. So. Wir machen das jetzt relativ gemütlich, die ganze Nummer. Bisschen... Ah, nein! Autschi, 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 Autschi. Lass mich raus. Nope. Jawohl. Danke. So viel zu relativ gemütlich. Jetzt wollte ich doch schneller machen, als es nötig war und brauche länger. Wie heißt das so? Langsam ist konsistent und konsistent ist schnell oder so? Irgendwie sowas, ne? Oder sicher. Langsam ist sicher und sicher ist schnell. Und... Was habe ich jetzt hier? Ah, guckt mal einer an. Vorhin einfach das Rädchen übersehen. So schlimm ist es gar nicht. Einen dicken Revolver am Start. Hallo? Oh Gott, was passiert? Oh. Das Spiel hat mich einfach gekillt. Was muss ich denn hier... Hä? Muss ich schneller vorlaufen? Ja. Ah, dann lande ich auf dem Tisch. Haha. Ah, ist das geil. Oh Mann. Und hab das Alienblatt gemacht. Ach, wie gut. Oh Mann, ey. Das ist ja großartig. Energie. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal.